Auch 2011 gibt es hier in David Fusenlecker Areal in Dornbirn wieder jeden ersten Freitag das Steinebach-Clubbing. Und wir sind heute dabei beim ersten Clubbing-Date des Jahres. Alex, wie würdest du das Steinebach-Clubbing beschreiben? Flüssig, feliadisch, Hammer! Und du bist heute richtig am Abdanzen hier? Voll! Jenny, kann man hier richtig Vollgas geben beim Steinebach-Clubbing? Ja, auf jeden Fall. Und du, wie gibst du Vollgas? In der mir einfach ein kurzer Hütter bin und Party macht und einfach da ist super Stimmung und es macht total Spaß. Und zu der Musik kann man gut abtanzen? Auf jeden Fall, ja. Käpt'n, wie lautet dein Party-Motto heute? Aber schön, immer Vollgas, Käpt'n, oder? So, Mona, kommst du oft hierher zum Steinebach-Clubbing? Ja, ich bin eigentlich immer da. Warum muss man hierher kommen? Ja, weil man einfach da alle dreht und die Musik ist da. Michel, was gefällt dir am besten beim Steinebach-Clubbing? Scheiße, ich komme hierher seit fünf Jahren und jedes Mal die gleiche Party, die gleichen Leute. Es ist jedes Mal super Stimmung hier. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Sehr, es ist sehr empfehlenswert und ja, ich komme auch noch in zehn Jahren hierher. Das Steinebach-Clubbing ist mittlerweile einfach legendär. Hier hat man immer richtig viel Spaß. Tschüss. Danke. Vielen Dank.